Es ist verwirrend, man redet von Blutfetten und von Cholesterin und es gibt das LDL und das HDL-Cholesterin. Das eine soll schlecht und das andere gut sein. Und habt ihr schon mal vom Lipoprotein A gehört? Wenn ihr das Video hier gesehen habt, werdet ihr diese Werte und die Bedeutung für eure Gesundheit viel besser einschätzen können. Mein Name ist Dr. Brie, ich bin Hausarzt und Ernährungsmediziner und ich liebe es, mir über Ernährung und Stoffwechsel Gedanken zu machen. Für den Transport im Blut werden die meisten Fette in kleine Transporteiweiße gepackt. Diese Transporteiweiße nennt man dann Lipoproteine, von Lipo fethaltig. Diese Eiweiße transportieren die Fette dann über den Blutkreislauf im Körper hin und her. HDL, LDL und auch Lipoprotein A sind solche Lipoproteine. Denn würde das ganze Fett einfach nur frei im Blut umherschwirren, würde das schnell zu Verklumpungen führen. Fett ist ja nicht wasserlöslich. Denkt mal an den Abfluss eures Spülbeckens, wenn ihr da eine fettige Pfanne drin auswascht. Und in diesem Video, da geht es im Speziellen um den Transport des Fettes Cholesterin. Cholesterin selber ist also eine Art von Fett. Cholesterin dient als Vorstufe für viele unterschiedliche wichtige Substanzen im menschlichen Körper, wie zum Beispiel die Hormone Cortisol, Östrogen und auch Testosteron. Auch die Gallensäuren und das Vitamin D werden vom Körper aus Cholesterin hergestellt. Cholesterin ist außerdem Hauptbestandteil der Zellmembran aller Körperzellen. In der Nahrung ist es daher in tierischen Produkten drin, in Fleisch und auch in Milchprodukten und natürlich in Eiern. Die größte Menge wird aber im eigenen Körper selber hergestellt und nicht über die Nahrung aufgenommen. Nur ungefähr 25% kommt aus der Nahrung, 75% aus uns selbst. Wenn wir jetzt vermehrt Cholesterin über die Nahrung zu uns nehmen, wird normalerweise zum Ausgleich die Eigenproduktion von Cholesterin einfach runtergefahren und in der Summe bleibt alles gleich. Bei einigen Menschen aber funktioniert dieser Feedbackmechanismus nicht gut. Bei ungefähr 20% der Menschen steigt bei cholesterinreicher Ernährung, also tierischer Nahrungsmittel, der Cholesterinwert auch stark an. Genau bei diesen Menschen kann daher eine Reduzierung tierischer Fette richtig viel bringen. Wenn wir jetzt einen Blick auf unsere Blutwerte werfen, dann sehen wir häufig das Gesamtcholesterin, LDL und HDL aufgelistet und neuerdings manchmal vielleicht auch das Lipoprotein A. Fangen wir mit dem Gesamtcholesterin an. Das war früher der einzige Wert, der bestimmt werden konnte. Das Gesamtcholesterin misst also quasi alles zusammen und sollte im Blut um die 200 mg pro Deziliter nicht überschreiten. LDL transportiert den Hauptteil des Cholesterins über das Blut zu den Zielzellen und dort wird LDL dann in die Zelle eingeschleust und gibt den Inhalt, das Cholesterin und auch andere Fette, ab. Dafür haben die Zellen bestimmte Andockstellen. Das Cholesterin gelangt dadurch dann geregelt in die Zielzelle und wird dort verstoffwechselt. Ist aber jetzt zu viel LDL im Blut unterwegs, kommen diese Andockstellen nicht mehr nach. Es kommt zu Stau und Chaos. Die Partikel werden dann von Fresszellen aufgefuttert, den Makrophagen. Diese werden davon dann selber im wahrsten Sinne des Wortes fett und lagern sich erstmal an die Gefäßwand an und später wandern die in die Gefäßwand rein. Dann nennt man sie Schaumzellen und nach und nach verfettet und verkalkt und entzündet sich dadurch das Blutgefäß von innen. Mit irgendwann entsprechenden Folgen für die Durchblutung der inneren Organe. Der LDL-Wert ist genetisch festgelegt und für jeden Menschen individuell. Man kann schlank, sportlich, gesund sein und sich super ernähren und dennoch sehr, sehr schlechte LDL-Werte haben. Nach oben hin aber, also durch ungünstige Lebensgewohnheiten, können wir uns den LDL-Wert immer zusätzlich nochmal richtig verschlechtern. Wenn man keine Vorerkrankungen hat, sollte das LDL-Cholesterin mindestens unter 150 Milligramm pro Deziliter liegen, wünschenswerterweise aber noch deutlich niedriger. Wer eine Herz-Kreislauf-Erkrankung schon hat, für den gelten andere zum Teil deutlich strengere Werte. Das Lipoprotein HDL transportiert überschüssiges Cholesterin, das in den Körperzellen nicht mehr benötigt wird, zum Recycling zurück in die Leber. HDL-Cholesterin hat dadurch also gefäßschützende Funktionen. Es räumt den Müll weg. Wenn zu wenig HDL im Blut ist, steigt das Gefäßrisiko an. Daher dachte man auch immer, viel hilft viel. Und dass ein hohes HDL, das schädliche LDL, irgendwie ausgleichen kann. Das wurde leider anhand einer großen Studie mittlerweile widerlegt. Wenn zu viel HDL im Blut ist, wirkt sich das auch schlecht auf die Gefäße aus. Der Quotient zwischen HDL-LDL, der in vielen Laboren noch mitbestimmt wird, ist dadurch überflüssig geworden. Das HDL hat nämlich jetzt auch einen Zielwert bekommen. Es sollte zwischen 40 und 60 Milligramm pro Deziliter im Blut liegen. Das soll aber kein Grund sein, Angst zu haben, sich gesund zu ernähren. Das HDL wird niemals so stark steigen, dass es einen schädigt, nur dadurch, dass man sich gesund ernährt. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann klickt doch bitte mal aufs Like-Button, dann schlägt YouTube das auch anderen Zuschauern noch vor. Lipoprotein A ist der Schirkel. Die Funktion von Lipoprotein A ist auch heute noch unbekannt. Man weiß nur, dass es die Gerinnung in den Gefäßen fördert und auch eine Entzündungsreaktion an der Gefäßwand auslösen kann. Da es auch mit Cholesterin beladen ist, wird das Cholesterin durch LPA auch zusätzlich noch in die Gefäßwand mit reingebracht. Letztendlich verstärkt es dann die Gefäßverkalkung, die Arteriosklerose. LPA legt im Zusammenspiel mit LDL, also in dieser Hinsicht, nochmal den Turbo rein. Der LPA ist genetisch vorbestimmt. Ernährung und Lifestyle haben gar keinen Einfluss darauf. Ihr könnt nichts dagegen tun. Es reicht daher vermutlich, einmal den LPA-Wert im Labor im Leben bestimmen zu lassen, um zu schauen, ob man dieses Risiko in sich trägt. Da wir nichts gegen das LPA wirklich tun können, ist die einzige Konsequenz, eine wichtige Konsequenz, den Lifestyle anzupassen und alle Risikofaktoren, die sonst noch bestehen, konsequent zu reduzieren. Für das Lipoprotein A sind aber Medikamente in der Entwicklung. In Zukunft wird das sicherlich sehr spannend werden. LDL kann man gut über die Ernährung beeinflussen, im gewissen Maße. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Dazu habe ich ein Video gemacht und in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Klickt doch einfach mal drauf. Also bleibt fit und gesund und guten Appetit.